Die PLMA findet jährlich im Donald E. Stevens Convention Center in Rosemont, Illinois in der Nähe des Flughafens Chicago O'Hare statt. Dieses Jahr ist die Ausstellungsfläche von 78.000 Quadratmetern komplett ausgebucht. Kein Wunder, denn hinter dem Kürzel PLMA verbirgt sich die Private Label Manufacturers Association, die die Branche der Handelsmarken repräsentiert. Diese Industrie hat sich in den USA zu einer 230 Milliarden Dollar schweren Industrie entwickelt. In diesem Jahr präsentieren sich die Aussteller auf 2760 Messeständen, was einen neuen Rekord für die Veranstaltung bedeutet. Die mehr als 10.000 Fachbesucher sind in erster Linie Einkäufer für Handelsmarken der großen Supermarktketten. Sie können zigtausende Produkte in nahezu allen Bereichen von Lebensmitteln, Snacks und Getränken bis hin zu frischen, gefrorenen und gekühlten Produkten für den Verbraucher entdecken, sowie andere Artikel, die in Discountern oder Supermärkten zu finden sind. Die Messe bietet eine umfassende Auswahl an Handelsmarken für alle Vertriebskanäle. Unter dem Motto We Bring Ideas to Life präsentiert sich Döhler mit einem freundlichen und offenen Stand auf der Messe. Als weltweit führender Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologiebasierter, natürlicher Ingredients, Ingredient Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Teilnahme für Döhler ein Muss. Die Besucher strömen in den Gang zu den Proben und Gesprächen mit den Experten. Neben Getränkeproben gibt es dieses Jahr eine Innovation im Süßigkeitenbereich. Leckere, gefriergetrocknete Früchte umhüllt von feiner Schokolade. An fast jedem Messestand gibt es etwas anderes zu probieren. Vom reinen organischen Rohprodukt über verarbeitete Nahrungsmittel und natürliche Snacks bis hin zu verschiedener Eiscreme. Natürlich werden auch Kaffee- und Teespezialitäten aus aller Welt angeboten. Verschiedene Länder haben Gemeinschaftsstände organisiert. So ist hier nahezu jedes nur erdenkliche Produkt zu finden. Von Ölen und Oliven über viele vegetarische Erzeugnisse bis hin zu diversen Sorten Käse und Pizza. Alles garantiert biologisch, wie die meisten Hersteller versichern. Qualität und Innovation sind die Grundlage dafür, warum Verbraucher Handelsmarken weiterhin vertrauen und ihre Einkaufswagen damit füllen. Diese Branche bietet nicht nur eine Kombination aus dem, was eine Familie benötigt, sondern richtet sich auch nach den sozialen und umweltbewussten Bedürfnissen der Verbraucher, die einen gesünderen Lebensstil unterstützen möchten. Die PLMA ist das Forum, bei dem Hersteller und Einzelhändler die Wünsche der Verbraucher besprechen, um gemeinsam neue hochwertige Marken- und Premiumartikel sowie exklusive Produktangebote als Differenzierungsmerkmale im heutigen wettbewerbsintensiven Einzelhandelsmarkt zu entwickeln. Aussteller und Fachbesucher sind bereits gespannt auf das Jahr 2024. Denn dieser Markt ist ständig in Bewegung und erfordert eine permanente Anpassung an sich ändernde Verbraucher- und Produkttrends, damit die Branche auf dem neuesten Stand der Entwicklung bleibt und dem Einzelhändler stets ein passendes Sortiment an Produkten bietet.